So Leute, willkommen zurück zu dem Part, wo ich den ersten Boss platt machen werde. Und Marcel nur zuguckt hilflos, genau wie im letzten Part. Ey, den kann ich mir viel sitzen lassen, man. Den musst du erst mal aus mir rauskommen. Nicht so fast, sag ich doch. Er ist ne Dumpfbacke. Wie soll ich Dumpfbacke? Keine Ahnung. Was ist eigentlich für so ein Gefühl, jetzt aber hilflos zuzusehen, wie ich einen Boss plätte? Da du genauso wenig Erinnerungen hast, wie ich an den Boss, wirst du bestimmt wieder mitten in der Hälfte besiegt. Ich gucke die ganze Zeit zu, wie man den platt macht und lerne daraus. Das ist chancenlos. Wie macht man denn eigentlich platt? Genauso wie ich es gerade mache. Der kotzt immer Gegner aus und wenn alle Gegner tot sind, ist er leer und dann geht er kaputt. Echt? Der macht sich quasi dadurch kaputt, dass er quasi, dass er gerade im... Ah! Was macht Didi eigentlich hier? Wenn man da Didi nicht hat, kann er die überhaupt besiegen? Ey, was machst du? Der Boss ist ja voll schlame. Lass mich den Boss machen. Los Boss, zerquetschen, du bist ein Totenkopf, fahrs los. Ah nein! Wow! Wow! Ja, ja, los, komm! Nein! Ah, verdammt mich. Das ist doch scheiße, ey. Ich bleib voll unbeeindruckt. Wie er guckt so, hmm, tolle Affe. Guck mal, guck mal, wie ich deine Kette zerstört habe. Ganz am Anfang, ganz am Ende bin ich jetzt. Mein hässliches Affengesicht. Ich glaube, ich hole mal vor die Brüste, wenn er die Arme hochhebt, ey. Was machen wir eigentlich? Immer so ganz nebenbei gefragt, wann holen wir einen? Sollen wir die letzten Bonuslevel holen, wenn wir die Welt hier fertig haben? Ja, bevor wir den Endboss dann platt machen, wa? Ja. Das finde ich gut. So, letzte Welt, Leute, letzte Welt. Aufgetankter Ärger, mit AE geschrieben. Ja, das war damals so. Ja, ich habe ja neulich, ähm, League of the Path gespielt und da wurde... Was war das für ein Wort? Ich weiß nicht, aber irgendein Wort wurde auch mit scharfem S noch geschrieben, wo ich so dachte, boah, old school. Oh, jetzt sind wir ein fool. Das Level mag ich total gern. Nein! Was denn? Ich bin ein dummer Mensch dieser Welt. Warum denn? Wenn wir jetzt Game Over gehen, dann müssen wir den Boss nochmal machen. Das heißt, du hast die Chance nochmal, den zu schaffen, eventuell. Weil, was ich nicht gespeichert habe danach. Ich bin dann direkt in die Welt hier gerannt, wie so ein wild gewordener Affe. Der muss einen leben? Nein, aber wir haben nicht viele. Und wir wissen nicht, wann hier das Ding kommt, ne? Oh, fährt der Ding erstmal alleine los. Das Funky-Teil, oder? Warum tust du sowas? Das machst du denn jetzt mit Absicht? Nein, Mann, ey, das ist doch... Lass mich spielen, Mann, du spielst immer... Den kann ja nicht machen. Lass mich spielen! Geht doch! So, jetzt meinst du hier, tu ja... So. Du bist jetzt einfach schon so auf der Übung, weil er seit Parts nix mehr hat. Ja, was soll ich denn machen? Du bist doch hier der Stieb hier vor die Show und alles. Ich werde dir voll meinen ganzen Skill hier rausholen, ey. Das gibt's gar nicht hier. Du bist auch nur ein kleiner Affe mit einer Käppi. Mit einer Käppi? Ja. Ich hab' mir... Siehst du? Frag für dich jetzt erst mal, warum du die spielst. Scheiße, ey. Wie er das absichtlich gemacht, damit er den Boss plätten kann nochmal? Nein, das war ich nicht. Nein! Marcel, du bist nicht glaubwürdig. Du bist so glaubwürdig wie George Bush. Aber der wurde auch gewählt, zweimal. Ich bin nicht George Bush. Er war voll der fiese Sack. Ah, die Amerikaner wollten's ja so. So, ich versteh nicht, wie mir los ist. Ja, Marcel, also heute ist irgendwie der Wurm drin, kann das sein? Er war richtig. Mann, ich bin so traurig. Warum das? Und so alleine. Oh, hast du das gesehen? Ja. Ich spring jetzt nach links. Ich hab's gemacht. Der Ring ist ja nach rechts. Und jetzt nach oben. Auf die olle Krähe rauf. Ist eigentlich ein Geier. Okay, ich muss irgendwie rausholen. Ach so, toll. EGAL! So. Oh, ein En-Guard. Soll ich denn da hochkommen? Mann, ey. Das schafft ja Sui echt die ganzen Level hier. Und ist mir so voll der Pro in dem Geier. Und ich bin so scheiße. Aber, ja, ich war ja sonst eigentlich auch nicht so der Burner. Scheiße, meine Nase juckt unaufwürdig gerade. Das tut mir jetzt leid, aber... Das geht grad gar nicht. Ah, oh mein Gott, tut das gut. So. Das ist Affen, weiß ich werde schon selbst zu einem. Nein! Was machst du denn da? Illegant drüber gesprungen. Hol dir das Fuel. Ich bin kein Fool. Naja. So. Robert, jetzt. Das ist nett. Oh mein Gott. Ich hab's verkannt. Ja, Mann. Ja, Mann. Wer schafft es trotzdem. Mann, ey. Ich will immer wieder spielen. Weil ich verkacken. Ey, ich kaufe mir jetzt einen Controller. Jetzt schiebt das wieder auf den Controller, ey. Ey, das ist voll scheiße. Könnt so ausrasten. Ey, mach dir alles voll locker. Ihr könnt das auch im Schaar. Was? Nur einer. Nur einer. Jetzt musst du ganz doll immer. Nur einer. Alter. Oh. Wow. Da voll hier. Das war easy play. Duck dich. Da sind Bananen. Ich kann ihn noch nicht verhängen lassen. Nimm das für win. Was wäre denn da oben wohl gewesen? Was denk... Scheiße. Was? Ne? Ey, das war ich nicht. Das war ich nicht. Du bringst sogar mit deiner Aura schon das Spiel zum Glitschen. Ich bin voll durchgeglitscht. Ey, das war jetzt aber echt gecheatet. Also, vom Spiel. Das hat uns voll verarscht. Immer ich, ey. Immer ich. Wisst ihr, Leute? Man denkt so, als Player hat man eine Berufung gefunden, ja? Und dann kommt dir so ein Typ an mit einer Banane auf der Schulter. Und dann zockt er hier einfach alles durch. Und ich stehe nur da und kann nur zugucken. Das Spiel will nicht, dass ich spiele. Glitscht mich einfach durch und bin tot. Und so Yasumi lacht mir aus. Das ist doch schlimm. Nein. Jetzt sag ich ihn aus. Aus, du. Ach, du Scheiße. Das war relativ vergleichsweise. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber... Ich würde schon sagen, relativ scheiße. So, was ist denn jetzt los mit der Steuerung? Ja, Marcel, wir sind so tot, ne? Wenn wir hier noch nicht speichern dürfen. Ja, ich weiß, ich weiß. Du musst jetzt cool sein, Marcel. Einmal wenigstens dein. Ich muss jetzt grandios cool sein. Genau. Also, wow. Genau. Das war schon mal gut, dass du nicht so dumm warst wie ich und da einfach drüber springst. Komm, jetzt pack Marcel aus. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt ist er wütend und raged hier voll rum. Ich bin cool. Und nichts. Ja. Auf keinen Fall. So, das kann man ja auch so schaffen, ne? Ja. Einfach voll mega und dann... Boah. Ich bin cool. Das war cool. Setz dich auf den Stuhl. Bevor ich mich im Dreck, Suhl. Das findest du nämlich so, als wäre ich ein Fool. Ich benutze übrigens absichtlich nicht den offensichtlichen Reim, weil den kennt jeder. Oh, Scheiße. Jetzt schießt. Oh, achso. Ich dachte, automatisch. Puh. Ich hab noch Glück gehabt. Was ganz cool, Mann. Jetzt kommt wieder diese Einer-Scheiße. Yay. Okay, wir haben... Ich hab auf jeden Fall eben schon das... Nein. Jetzt glitsch ich wieder durch. Pass auf. Das war voll komisch eben. Sein Kulafe. Ich bin echt nicht der Affe in der Hut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh nach oben schnell. Was ist das hier eigentlich? Oh. 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 Das ist... Oh. Oh. Ey, wäre ich fast von so Naughty genatzt worden, ne? Echt, Mann. Ey, jetzt hat es geschafft. Noch nicht ganz. Jetzt habe ich es geschafft. Speichern? Natürlich nicht. Aufgetragter Ärger wird zu... Dynagrotten. Marcel, wir müssen es zum Funky oder zum Candy schaffen. Ich möchte es nicht nochmal machen. Ich auch nicht. Wo ich deine Chance habe. Wir müssen es sowieso früher oder später nochmal machen. Einfach weil Bonuslevel. Habe ich gar nicht geguckt. Hatten wir alle ne, ne? Ne, natürlich nicht. Okay. In der letzten Welt nochmal überall in jeder Welt Bonusreakt. Wir müssen auch irgendwie an Leben kommen. Mann. Wir hätten gerne mal wieder... Wenn wir die Bonuslevel finden würden, dann würden wir auch an Leben kommen. Oh. Geh, ich glaube mal... Versuchen wir nochmal zurück zu gehen. Ja, war gerade irgendwie auch meine Idee, muss ich sagen. Stimmt da unten rechts. Komm schon. Da ist nothing. Aber wir brauchen den wahrscheinlich für so ein Bonuslevel. Ja. Oh, das ist ja ganz cool durchspringen. Du bist dumm, wie er hier rumwummert. Bäm. Bäm. Voll das Horn in die Nase gerammt. Da musst du ja nichts mehr für machen. Das macht er automatisch, ne? Oh. Da muss man aufpassen hier. Hier, einfach unbü... Alter, du hast... Alter, du versau jetzt nicht dein treues Tierchen. Du kannst es ja von mir aus humpen, aber... Wie du es mit allen Tieren machst. Ja, humpst es auch. Guck mal. Du hast ja noch nicht erklärt, was humpen jetzt ist. Na, wie so ein Hund halt an so einem Knie, du weißt schon. Ein Hund am... Ach so. Oder eher am Unterbein. Ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht. Was zum... Oh, du holst es einfach an. Guckt voll in die Kamera und sagt einfach... Oh, und holt ab. Ja, wenn du ein Tier schlecht hältst, dann, ne? Der kann doch ja verabhauen. Oh, ich finde die Musik gerade voll gruselig. Voll die gruselige Stelle. Dann würdest du einfach gehen, wenn dich jemand nur boxen würde? Nee, ich will zurückboxen. Das siehst du. Also, dann soll er lieber zurückboxen, als ich einfach zu verpissen. Äh! Das brauchen wir doch bestimmt, oder? Ich hoffe nicht. Was ist das denn? Äh, da musst du, glaube ich, genau... Das war gut, oder? Hey! So. Links, stimmt. Links drin. Warte, leg das Fass erstmal ab und töte den. Wo kannst du den überhaupt töten? Das kann den nicht töten. Dafür bin ich zu mickrig. Okay, entweder links oder rechts. Rechts, du bist so cool, Mann. Du bist cool. Das musst du schaffen. Das bringt viele Bananen. Pass auf. Das war super, Marcel. Wenn das nicht kacke gewesen wäre, hätte ich dich jetzt gelobt. Aber ich hab dich ja gelobt, also war es eigentlich cool. Mann, wenn du den Großrein will, duckt der sich wegen meinem Controller. Das ist doch scheiße! Oh! Oh! Ich krieg mir hier noch einen kurzen. Äh, was? Wie, jetzt war? Genau, mit deinem... Oh, was? So, jetzt, wenn ich Fass hat... Wieso ist das N? Wenn er einen Fass hat... Typi! Hopp! Typi! Typi! Oh! Alter, voll in den Nacken gestochen. Ey, das gibt's einfach nicht. Gifs? Das gibt es einfach nicht. Ich hab auch mal eine GIF gemacht. Die war scheiße. Eine GIF, ja. Du weißt schon, diese Dateien... Ja, diese bewegbaren... Kann es sein, dass die TNT-Ferste... nur für die fetten Typen sind? Kann sein, dass wir die aus dem Weg ruppen. Wie einfach das Interessantere fast. Was war das denn? Du hast das fast zu oft hoch und runter gehoben. So, wie hab ich das... Wie macht man das denn jetzt? Nein, ich würd springen, dass du dann in der Lücke landest. Also du musst über den einen drüber... ... und dann schnell nur unter den anderen drunter. Oder so. So ungefähr? Ein Leben! Ey, kacke! Was, ey? Ich muss das doch mal machen. Wieso ich, Mann? Wir müssen das doch mal machen. Aber guck mal, da rechts ist schon funky, glaub ich. Scheiß doch, die Wand angehen. Wir müssen jetzt so reinhauen. Stell dir mal vor... Pass auf, folgende Situation. Verletz dich in die Lage. Stell dir vor, du spielst grad Super Smash Brothers. Ja. Wir beide gegeneinander. Wir beide haben schon 250% und nur noch ein Leben. Ach du Scheiße. Und so vorsichtig musst du jetzt spielen. Ich hol jetzt erstmal Leben. Tu das. Das fuckt man hier gut. Pass auf, ne? Die sind kurz betäubt und dann wachen sie wieder auf. So und jetzt... Jetzt genau. Perfekt. Genauso. Immer alle drei treffen. Perfektomaru, Marcel. Oh Gott. Wir haben ein Leben. Geil. Boah. Du bist ja... Oh, jetzt. Ja. Geil, danke. Ey, Marcel. Ohne Scheiß. Du hast uns gerade wahrscheinlich... Nein, du hast uns einen guten Aufschub auf jeden Fall gewährt. Puh. Wieder drei Leben. Das ist echt nice. Das könnte ich wieder nicht... Mann, die brauchen fast den Druck, dass ich nicht. So. So. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Nein! Mann! Weißt du, wir machen manchmal so coole Sachen und dann kommt so eine Label Scheiß und wir kacke ab. Guck mal hier. Einfach, weil ich wütend bin. Friss. Voll daneben auch noch. Also, was brauchst du jetzt, um den Bonus nochmal zu machen? Echt? Aber... Ne, da kommt doch noch eins gleich. Okay. Na gut, dann kommt mal eins. So, wie hast du das gemacht? Ne, das war scheiße, oder? Nein, das war geil. Okay, du musst es aber ganz schnell hinlegen. Ich werde nicht vergessen. Du musst hinlegen. So, jetzt versuchst du es nochmal genau so zu machen wie du. Hol uns 30 Leben. Es wird was besseres geben. Wir brauchen ganz schnell ganz viele Leben. Bam, 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 bam. Und da jumpt auf die Köppe. Und da macht es down. Ja, wo man... Boah. Yeah. Das ist eigentlich cool. Wenn wir immer bis dahin kommen, haben wir auf jeden Fall ein Leben safe. Ja, das war es nicht... Wie wir jetzt mit so billigen Tricks arbeiten müssen, ne? Wir müssen... Halt mal nochmal zurück. So rein theoretisch. Ja, ey, doch mal! Geht das? Schade. Oh, ist ja lame. Wie ein Scheiß, ey. Ist ja richtig lame. Obwohl, unsere Taktik wäre vielleicht oberlame gewesen. Du kannst einfach durch. Mein Ding muss immer Angst haben. So, jetzt pass auf. Jetzt pass ganz auf. Sein cleverer Affe. Ja. Wummer den einfach um. Oder auch nicht. Boah, voll in den Nacken geworfen. Du gehst da so nichts abend lang. Voll mit so einem breiten Grinsen. Auf einmal kommt so ein Affe und wirft den TNT-Fass in den Nacken. Ja, Mario wird das kennen. Mario wird das kennen? Na, damals. Er ist in Donkey Kong. Da wirft er nochmal Fässer runter. Zwar keine TNT-Dinger, aber... Ah, ah, ah! Wenn man Fass finden, kannst du nochmal zurückgehen. Guck, ob da... Ja, hab ich auch mal... Ah, Gott. Na, okay. Zurückgehen wird schlecht. Also, würde gehen, aber... Lass mal lieber. Vor allem jetzt. Was? Ah! 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 Voll die Schädeldecke wegrasiert. Äh! Hä? Was ist das denn da für ein Hole? Ist das das Bonus-Level jetzt oder das Ende? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ende ist. Oder? Nee, wenn wir da reingegangen, kommen wir vielleicht da oben wieder raus. Soll ich das einfach mal machen? Ja, gehen wir mal da rein. Oder kommen wir da überhaupt rein? Ja. Stoop! Okay. Ach. Alter, ich dachte, hier ist das Ende. Die Musik... Für gemütlich alles haben wir das EG geholt? Nein! Das Ende nicht! Ich meine, so ein Scheiß! So, der TNT-Fass braucht man bestimmt. Für irgendwas ganz Dummes. Stoop! Was hast du vor? Oh! Oh! Da ist Rinky! Nette Lummerin! Scheiß drauf! Das war einfach. Pass auf, sage ich jetzt, und werde voll erwischt. Ah! Ein Leben! Geil! Boah ey! Wir sind fast wieder auf die 5 drauf. Das ist ja fast so viel, wie wir mal hatten. Ist der wieder da? Nein. Okay, also merken wir, wo muss noch ein Frosch. So, lass den vorbeiziehen. Genau. So, wo ist jetzt hier noch was verstecktes? Komm, da? Abstellen? Yeah! Yeah! Oh Gott! Oh nein, das ist wieder so ein Scheiß. Merken. Ich versuche ganz links. Yeah! Yeah! Und freuen wir uns alle jetzt. Schmeiß meine Einrichtung um vor Freude. Da lässt er alles fallen. So. Hey! Lass mich auch mal einen Punkt holen! Mann! Du kannst doch mal euch einen Punkt schenken! Wir haben einen Punkt schenken! Marcel! Geil! Ja! 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 Dieser Trottel! Ja! Nein! Immer noch nicht speichern! Ja! 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 So, was ist das hier für ein Mist? Den Kack müssen wir es auf jeden Fall auch noch schaffen, ohne abzukratzen. Mach das kaputt. Ach, kann ich gar kaputt machen, ne? Aber hier geht es nicht. Toll. Verdammt. War hier irgendwas? Nee. Marcel, wenn du hier stirbst, dann bist du gestorben. Ich lebe doch noch. Ja, aber wir dürfen hier nicht abnippeln. Da unten ist was. Dann kommen Nortis raus. Alter, der Nebel geht... Der Nebel geht einem ja auf die Saft. Da ist was drunter, ich habe es gesehen. Wo? Unter dem Nortis. Unter dem Nortifass. Okay, unter dem Nortifass. Ach du Scheiße, komme ich jetzt überhaupt noch hin? Na gut, Bananen. Wer hat volle Bananen? Bananen. Das ist jetzt die Schnur weg. Ah, da ist er wieder. Hey. So, jetzt muss ich hier mal richtig abhotten. Hier muss doch irgendwo was sein. Unter irgendeinem Scheiß, was ist was. Na ups, Mann, Scheiße. Da zum Beispiel. Ja, okay. Aber du wie so ein Kackrino, wo man sowieso keine Leben gewinnen kann. Ich hätte gerne den Strauß, da kriegt man am meisten Leben. Ja, das stimmt. Was? Und der Fros steht auch ganz gut. Eigentlich alle bis auf das scheiße Nashorn. Also ich mag Rambia, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Wir wissen alle, was du meinst. Er hat eine negative Aura. Das geht auch damit kaputt. Mit einem stinknormalen Decay fast. Ich übertreibere. Stell dir vor TNT hin, weil ich mein, das wäre cool. Ob das diese... Das sind bestimmt so eine Dennisfässer. Was tust du? Das war so knapp. Dennisfässer. Na, Decay. Achso. Ja, ich hab die Hälfte mal geschafft vom Level. Geil, Marcel hat was gemacht in den letzten... Warte. Danke, danke, Mann. So. Okay, hör. Zum Glück gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die sich über sowas total aufspielen. Bin der größte, bin der schönste Mann. Was? Weißt du was, Marcel? Stimmt. Combo-Breaker. Was? Oh. Ich sagte, stimmt. Ein Strauß! Oh, hol es dir, Mann. Ein Strauß! Scheiße, musst du holen. Kommt du nochmal hoch? Ja. So geht das? So kommst du aber nicht ran. So. Warte, ich muss rollen, warte mal. Hoppa! Das soll gehen? Twi... Okay, gut. Nee, da musst du mit so einem Ding springen. Quatsch. Das schaff ich nicht. Ich kann das nicht, Mann. Was kannst du eigentlich? Große Haufen. Erzähl mal davon. Wie ist das so meistens dann? Tut das weh? Na, es gibt doch so eine Internetseite, da kann man... Ah, ist egal. Marcel geht wieder auf irgendwelche verrotteten Seiten. Gar nicht. Komm, wie ich das hier mache, Mann. Du kannst mich ruhig mal loben. Wie ich das hier alles einmal nach dem anderen hier ratzfatz den Typen hier voll... Oh, nein! Das war wunderschön, Marcel, möchte ich schon fast meinen. Na, du machst die alle mit dem Sprung down. Ich muss da immer ein bisschen Quatsch hier machen. Es ist nicht... Ich bin voll die Panik bei denen. Die verarschen einen voll. Das sind echt miese Gegner. Die haben mich auch bei dem einen Boss gerade eben schon fast gekillt. Kombo-Breaker. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ja! Und ihr könnt es beinahe geschafft, ey. Punkt vorbei. Beinah. Oh Gott, wir können speichern. Leute, aber das war der Part für heute, würde ich sagen. Boah, waren wir produktiv. Ich würde übrigens was nachgucken. Das habe ich gerade eben gar nicht gemacht. Guck mal. Geil! Gott. Wie ist Idle, wo wir nie wieder rein müssen? Leute, ich würde sagen, das war Donkey Kong Country für heute. Wir machen ja beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.